Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Chupa. Heute möchte ich mit euch gerne über den Talentbaum reden. Für viele Anfänger ist der Talentbaum ein Mysterium und ich möchte euch direkt von Anfang an die Angst nehmen. Es ist gar nicht so schwer, wie er aussieht. Das Problem in PoE ist einfach nur für einen Anfänger, es gibt so viele Waffentypen, zum Beispiel es gibt ja eine Axt, es gibt Streitkolben, es gibt Bogen, es gibt Klaue, es gibt Dolch und so weiter. Es gibt auch zig verschiedene andere, es gibt Stäbe und deswegen und für jeden einzelnen Waffentyp gibt es zum Beispiel hier an der Seite, seht ihr das schon, gibt es ein eigenes Rondell. Ja und da wird natürlich das Gipfel immer größer und größer und größer, weil es einfach so viele Sachen gibt. Außerdem gibt es halt ganz viele verschiedene Arten von Schaden, zum Beispiel es gibt Minen- und Fallenschaden, es gibt Elementarschaden, es gibt physische Schaden, es gibt einfach Angriffsgeschwindigkeit, es gibt Bewegungsgeschwindigkeit. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die ihr wirklich reinmachen könnt. Da gibt es natürlich die drei Hauptattribute, Intelligenz, Geschicklichkeit und Stärke und da habe ich einmal den Talentbaum für euch eingeteilt. Hier oben ist der Intelligenzbereich, hier ist der Stärkebereich und hier ist der Geschicklichkeitsbereich. Da sind natürlich auch in der Mitte, also hier ist einmal der Weitläufer, Hexe und Marodeur, hatten wir ja schon geklärt. Und jetzt wollen wir einmal wissen, gut, jetzt haben wir hier einmal den Intelligenzbereich, wo ganz viele Intelligenznoten sind. Das lohnt sich natürlich zum Beispiel für irgendwelche Gems, die zum Beispiel blau sind, weil die meistens halt ein sehr, sehr hohes Intelligenzanforderungen haben. Genau dasselbe für zum Beispiel Bögen, die extrem hohe Geschicklichkeitsanforderungen haben oder zum Beispiel für irgendwelche Ausrüstung, die Stärkeanforderungen hat. Da lohnt es sich natürlich irgendwie diesen Bereich so halbwegs mitzunehmen, damit unser Charakter die Skillgems weiter nach oben leveln kann oder direkt damit anfängt. Und zum Beispiel Stärke gibt ja auch nochmal maximales Leben, Intelligenz gibt Energieschild und Geschicklichkeit gibt euch dann nochmal eurem Charakter nochmal mehr Ausweichchance. Soviel erstmal dazu, ansonsten seht ihr hier Klaue, Bogen, Schwert, das sind diese ganzen Rondelle an der Seite. Da kommt es einfach nur darauf an, welche Waffe habe ich denn in der Hand. Zum Beispiel ich spiele meinen Thunder Slayer oder Zerschlagen Slayer und der trägt zum Beispiel meine Axt. Und wenn ich eine Axt trage, dann will ich auf jeden Fall das Axtrondelle mitnehmen. Mein Reefplay-Furry-Charakter spielt mit einem Schwert, dann will ich das hier und ich überlege mir, wenn ich noch ein paar Skillpunkte habe, ob ich auch hier rübergehe, damit ich noch mehr Schaden machen kann. Ganz einfach, also die Waffe, die er hat, der Waffentyp, der ist immer an der Seite, okay? Also auf jeden Fall die großen Rondelle. Es gibt auch im Tree selbst dann nochmal irgendwelchen Waffenschaden für irgendwas, für Axte oder für Schwerter oder so. Aber das ist dann halt wirklich klein klein und wir wollen uns ja erstmal grob den angucken. Ansonsten gibt es so ein paar Punkte, die ich euch aufgeschrieben habe. Und zwar gibt es hier ein ganz wichtiges Rat, das ist das Constitution Rat, nenne ich das, oder Lebensrat. Das ist bei der Sion und hier haben wir an Ort und Stelle 45, ich glaube sogar ein bisschen mehr als 45 Prozent mehr Leben, Increased Life. Und das sollte man gerade als Anfänger, wenn ihr ein Bild spielt, der das hier mitnehmt, solltet ihr definitiv beim Level mitnehmen. Ein ganz, ganz starkes Rat, defensiv. Und das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, so schnell wie möglich auch beim Leveling, wenn wir gleich anfangen zu leveln, mitzunehmen. Ansonsten aber defensiv auch nochmal Geist über Materie. Wenn ihr ein Bild spielt, der mit Mind over Matter oder Geist über Materie spielt, dahinter sind auch nochmal so richtig, richtig starke Mana-Noten. Das heißt, wenn ihr das mitnehmt und zum Beispiel ein Totem-Bild anfangt, dann sind wir ja zum Beispiel als Templer, kann man Hyrofant, kann man sehr, sehr gut Totem-Bild spielen. Und dann sollte man immer auch versuchen, sobald man hier startet, so schnell wie möglich dann hier zu Mind over Matter zu gehen und das zu skillen. Weil dann wird euch ein Teil eures Schadens, den ihr bekommt, wird euch vom Mana abgezogen. Das heißt, es sind nicht nur unsere Lebenspunkte, sondern auch unser Mana, die für uns als Puffer fungieren. Sehr, sehr stark. Und hier haben wir zum Beispiel auch nochmal Ancestry Bond, nennt sich das. Das ist plus 1 Totem, auch wieder für Templer, Hyrofant. Aber zum Beispiel auch, wenn ihr hier unten als Marodeur oder als Chieftain dann Totems spielt, geht auch. Dann können wir hier uns oben einmal Ancestry Bond zum Beispiel auch so schnell wie möglich nehmen. Am besten dann so, wenn wir mit Totems spielen. Gut, hier oben nochmal CI aus nostalgischen Gründen. Das ist jetzt nicht mehr so beliebt. Die meisten Bilds sind eher nicht mehr auf Energieschild basierend, sondern lebensbasierend. Das heißt, die meisten, also ich würde sagen 95 Bilds von 100, sind mit Leben. Und früher war das genau umgedreht. Da war hier oben dann CI Chaos Enuculation. Ist aber nicht mehr so wichtig heutzutage. Ansonsten haben wir hier auch immer nicht nur Bogenskills, sondern aus nächster Nähe nimmt man sich zum Beispiel auch für, wenn man Bosse zum Beispiel mit einem Bogencharakter machen will, dann sollte man sich aus nächster Nähe mit einpacken. Gibt es halt, wenn ihr nah dran steht mit einem Bogenskill, gibt es dann extrem viel mehr Schaden. Je weiter weg ihr seid, das heißt, wenn ich in der Hexe spiele mit aus nächster Nähe und dann von weiter hinten angreife, dann mache ich fast keinen Schaden, weil je weiter ihr entfernt seid, desto weniger Schaden macht ihr. Das sind halt immer so große Noten, die euch, ähm, euren Bild definieren. Und dann sollte man sich einfach sein Bild angucken und sich angucken, alles klar. Ja, welche wichtigen Noten haben wir, zum Beispiel Totenbild, Mind Over Matter und das Plus Eins Ancestry Bond, dann sollte man darauf hinausarbeiten, beim Leveling so früh wie möglich auf diese Sachen zu gehen, defensiv und offensiv dann auch stark zu stehen. Aber die Defensive ist meistens das Problem bei Anfängern. So Leute, das war's erstmal, das war der Talentbaum ganz grob erklärt und ich denke, das reicht schon dicke, um jetzt euren Charakter besser spielen zu können und euren Skilltree besser verfolgen zu können. Alles klar, bis zu meinem nächsten Video.